Hallo und herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Mein Name ist Sandra Beug und ich arbeite zusammen mit einem kleinen Team in einer Medienagentur und wir sind selbstständig. Die Fotografie ist ein großer Teil unserer Arbeit und eigentlich schon immer mein Hobby gewesen. Und deshalb haben wir diesen YouTube-Kanal hier gegründet, weil er einfach die Liebe zur Fotografie in sich trägt und weil es einfach viele Dinge gibt, die in der Fotografie spannend sind und viele Entwicklungen, die uns Spaß machen. Und deshalb möchten wir euch heute in diesem Video so ein bisschen zeigen, was man auf diesem Kanal hier alles entdecken kann. Also zunächst, es geht um das Thema Fotografie, das heißt, ihr werdet jede Menge Behind-the-Scenes von Fotoshootings sehen. Da geht es oft um Posing und so weiter, auch um Bearbeitung. Natürlich gehen wir auch auf aktuelle Themen ein, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder auch auf Technik und Equipment. Hoffentlich in Zukunft ein bisschen mehr. Wir probieren natürlich auch immer wieder neue lustige Sachen aus. Da könnt ihr auch gerne mal mit eintauchen, wenn es um neue Filter geht oder um Dinge, die einfach, keine Ahnung, die man einfach noch nie getestet hat und dann plötzlich mal ausprobieren will. Ebenfalls findet ihr auf diesem YouTube-Kanal einen kleinen Fotokurs. Und zwar mit Themen rund um Kameraeinstieg, wie zum Beispiel Brennweite, Blende und so weiter und so fort. Dann hatten wir auch eine Japan-Reise und auch diese könnt ihr auf diesem YouTube-Kanal noch anschauen. Da ging es viel um Fotografie, viel um Videografie und einfach, was wir da erlebt haben. Und hatten auch jede Menge Fotoshotings da vor Ort. Und es gibt natürlich immer jede Menge Tipps und Tricks rund um das Thema Fotografie, beziehungsweise einfach auch, wenn ich was Neues lerne oder wir was Neues lernen, dann wollen wir das natürlich auch gleich teilen. Wenn ihr Cosplay-LiebhaberInnen seid, seid ihr bei uns natürlich auch genau richtig, weil wir super gerne mal auf Conventions fahren und da die Leute fotografieren. Und das könnt ihr hier auch entdecken. Ebenfalls wollen wir hier so eine Art Netzwerk gründen, wo wir ab und zu mal andere FotografInnen vorstellen wollen und einfach ein bisschen Austausch, vielleicht auch Models mal gucken, was sich in Zukunft entwickeln wird. Dann gibt es noch einmal im Jahr immer so eine Art Feedback-Runde für mich selbst oder für uns selbst. Am Anfang war ich ja noch allein, jetzt sind wir nicht mehr allein. Zum Glück. Dankeschön. Dankeschön ans Team. Danke an Gina und Michelle. Ihr seid Hammer. Jetzt bin ich einfach jedes Jahr immer da gesessen, habe einfach reflektiert, was gut lief und was schlecht lief und ich will es einfach irgendwie weitermachen, weil es irgendwie cool ist und ich denke, wenn man so anfängt mit Selbstständigkeit, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Das könnt ihr alles auf diesem Kanal entdecken. Es soll irgendwie so eine Art digitales Pendant zu einem Fotografie-Magazin sein. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr euch darauf einlasst und mit uns die Reise durch die Fotografie macht und uns begleitet auf unserem Weg bei verschiedensten Fotoshootings und Abenteuern. und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Schreibt einen Kommentar und wir sind auch immer voll offen für Feedback oder Wünsche oder alles. Schreibt es in die Kommentarsektion und damit sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.